Willkommen zu deinem Daily Glückskeks. Wellness für die Seele. Hab einen wunderschönen Tag. Wie siehst du dich? Fast alle von uns haben Rituale, die jeden Tag gleich sind. Raus aus dem Bett, duschen, Zähne putzen, gehört meistens dazu. Und dann passiert eher der erste Blick in den Spiegel. Was siehst du? Was sagst du zu dir, auch wenn es nur in Gedanken ist? Oh Mann, ich sehe echt müde aus. Oh, schon wieder ein paar Falten mehr. Du lieber Himmel, bin ich blass. Diese Schlupflieder machen wirklich alt. Und so weiter und so weiter. Ganz unbewusst servieren wir uns selber einen Runterzieher nach dem anderen. Baut dich das auf für den Tag? Gibt dir das Selbstbewusstsein oder ein gutes Gefühl? Sicher nicht. Schreib es um. Beginne schon mal mit einem Lächeln. Ein Lächeln macht jedes Gesicht schöner. Schau dir in die Augen und sage dir, ich finde es wundervoll, dass du immer dein Bestes gibst. Es mag nicht immer perfekt sein und du siehst auch nicht immer aus wie das blühende Leben. Aber hey, du tust, was du kannst. Und dafür habe ich dich sehr, sehr lieb. Glaub mir, das macht einen großen Unterschied. Ich weiß, dass du es nicht immer leicht hast. Aber schau dich an. Du bist immer noch da. Ich wünsche dir Zufriedenheit und alles Glück der Welt. Deine Beatrice richtig нравится. Ich wünsche dir, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und daher sind wir,去 stoppen! Und nu werden die Leute, die Leute zu binden, die Leute zu vbroken. St Brad Untertitelung des ZDF, 2020